So, herzlich willkommen zu einem etwas unorthodoxen Streamstart. Aber dadurch, dass wir direkt um 7 Uhr die Einstellung fürs FD haben und ich nicht zeitnah streamen konnte, gehen wir jetzt direkt mal rein. So, ich mache noch kurz Fenster auf zum Lüften. Moin Monty! So, jetzt sind wir hoffentlich soweit, dass wir IC gehen können. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ja, wir schauen mal heute, was es wird, wa? Ich bin schon mal vorgefahren vorhin, dass wir direkt loslegen können. Muss auch im Teamspeak. Ich auch pünktlich um 19 Uhr da bin. Und ich bin mal echt gespannt, wie diese Meriwether-Geschichte uns gegebenenfalls auflaufen lässt. Bin ich mal gespannt. Aha, guck mal. Vorne sind doch schon ein paar Pappnasen. Ey, ich kriege da echt Kopfschmerzen, wenn ich diese ausgelassenen Frames von dem Netzwerk sehe. Dieses Netzwerk hier ist so schlecht, ehrlich. Oh Gott, wo soll ich mich denn jetzt hinstellen? MLO macht wieder Faxen, I guess. Okay. Hallo. Hi. Hallo. Was kann ich tun? Ich komme einfach mal zu Ihnen. Ach so. Ich habe um 19 Uhr eine Einstellung hier. Okay, ja, dann komm mal mit. Dann kannst du dich... Genau, einfach auf die Couch, ich komme mit. Ah, super. Du hast den Couch, danke. Dann können Sie sich einmal da hinten einfach einsetzen. Ah, super. Dankeschön. Gerne. Digga, es ist ein Helfen-Cowboy-Hut an. So. Darf ich mal Ihren Namen erfahren? Äh, Sikiel King. Herr King sind Sie, okay. Und wer ist gerade noch gekommen? Äh, ich bin Wesley Coates, hallo. Herr Coates, okay. Dann möchte ich mal die Namen... Geht gleich los, dort noch einen Moment, ja? Alles gut, kein Stress. Super. Ezekiel King. Das sagt mir auch irgendwas. Healer ist aufgetreten. Bitte versuche es erneut. Wo? Was? Beim Stream, oder was? Gott, ey. Ich hätte nicht gedacht, dass ich heute pünktlich bin, ne? Hilfe. Doch kein Stream. Ey, macht es gerade Probleme hier, oder was? Rude Maba. Es war Connection-Abbruch, oder was? Mann, ey, dieses Netzwerk hier, wirklich. Einen wundervollen guten Tag. Hallo. Hi. Sie dürfen mir alle drei einmal eine Runde folgen. Wir würden jetzt als allererstes kurz zum Ablauf zum PD-Fahren Führungszeugnis beantragen. Sollte das soweit in Ordnung sein, kriegt ihr den Arbeitsvertrag von mir. Dann bitte einmal in Ruhe durchlesen, unterschreiben. Sobald das Ding unterschrieben ist, kann es weitergehen. Das klauen. Prima. Machen wir doch so. Atmen, eins ist besetzt mit der 07. Okay. Kacki-Boy, du kriegst gleich Frischfleisch. Yeah, super. Ich freue mich schon. Leider ein kleines Stückchen laufen. Mein Fahrzeug steht hinten. Okay. Im besten Fall sollten wir ja sportlich sein. Ja, das wäre besser. Ei, Sepp. Ey, das ist so scheiße. Vorsicht, dich erschrecken. Ey, hört ihr mich denn? Wo haben wir dich? Hört ihr mich denn? Bin ich denn da? Also, ich sehe alles, was ihr schreibt, so. So, bevor wir beim PD ankommen, hat mir irgendjemand irgendwas zu beichten. So, Zwecksführungszeugnis. Nicht, dass ich wüsste. Same, ja. Ich muss mich drüber wundern. Ich muss mich drüber wundern. Der Heffe kommt direkt mit. Wir haben das Glück, dass wir jetzt ein PD direkt um die Ecke haben. Dementsprechend müssen wir nicht erstmal durch die halbe Stadt gondeln. Und através des seiya tun. 說 cosas an. Umm, damit kann ich mir nie das ein bisschen sptatieren. Das kommt noch. łum kaukanz ceiling. Dann ist das ich mal inlegt. Also, mit dem wird er es kleines damit. Und das kommt noch anестiert. Dove ich das? Und das ist das? Untertitelung des ZDF, 2020